Die Sendung wird präsentiert von Swisslooks AG, der kompetente Partner für intelligente Beleuchtungstechnik seit 1996. Unser heutiger Sendungsgast, Thomas Bauer, hatte alles andere als eine einfache Kindheit. Er wird von seinem Vater regelmässig verprügelt und seine Mutter hat oft nur giftige Worte für ihn übrig. Als Zehnjähriger sieht Thomas keinen Ausweg mehr und versucht, sich dreimal das Leben zu nehmen. Mit 14 landet er in der rechten Szene und wird später von zu Hause rausgeschossen. Statt eine Ausbildung zu machen wie andere junge Leute, steigt Thomas dann in die Bikerszene ein. Bei einem brutalen Rockerbandenkrieg kommt er fast ums Leben. Und dort wird Thomas auch selber fast zum Mördern. Wenn man auf Thomas Bauer sein früherer Leben zurückschaut, dann kann man sich wirklich fragen, warum ist dieser Mann überhaupt noch am Leben? Grüezi miteinander und herzlich willkommen aus der Bikerspace hier in Pfaffiken, Zürich. Also wenn man da durchläuft, ist nicht so ganz klar, ist es jetzt ein Restaurant, eine Eventhalle, eine Saladestrasse mit Dörfwerkstatt oder vor allem etwas. Ja, ist es auch, aber nicht nur. Es ist auch ein unglaublich gemütlicher Ort. Mal schauen, ob es mit meinem heutigen Gast auch so geht. Ich begrüsse Thomas Bauer. Ganz herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Ich freue mich, hier zu sein. Die meisten hier drin, wenn sie rumlaufen, sagen einander sowieso, du, dann ist es okay für dich. Ja, natürlich. Bikerspace, als du da reingekommen bist, das war so deine erste Erinnerung oder Bilder, die hochgekommen sind? Coole Location. Wirklich urgemütlich, toll gemacht, sieht toll aus und man fühlt sich sofort wohl und erinnert mich auch an früher. Deine Geschichte haben wir ein bisschen schon gehört und angedeutet. Eine unglaubliche Geschichte, wo ich manchmal denke, andere erleben das nicht in drei Leben. Du erlebst das alles im gleichen Leben. Die ganze Geschichte, die damit auch beginnt mit der Zeit zu Hause, diese häusliche Gewalt, die du erlebt hast durch Vater und Mutter. Kannst du da mal etwas erzählen, was so beispielhaft dafür steht? Ja, das Schlimme war halt, dass die abends immer getrunken haben, tagsüber nicht, aber abends. Und dann war auch die Gewalt nie weit weg davon. Es war zum Beispiel ein Fahrrad, ich hatte kein eigenes Fahrrad. Und das habe ich mir immer gewünscht, aber da war nie Geld dafür da und es war meinen Eltern auch egal, dass ich keins habe. Und da stand in der Nachbarschaft eins und da habe ich gedacht, das gehört niemand, das holt niemand ab, das nehme ich mir mit. Und dann habe ich mich gefreut, dass ich ein Fahrrad habe und dann hat sich aber herausgestellt, dass das gestohlen ist. Und dann bin ich dann mit zum Supermarkt gefahren und gegenüber wohnten die Leute, wo das Fahrrad her war, von der Tochter. Und der Vater hat es dann gesehen, kam rüber, hat mich angesprochen, ich bin dann weggerannt aus Angst. Und dann bin ich erstmal nach Hause und dann hat die Polizei angerufen und meine Eltern waren nicht da, die kamen später nach Hause. Und dann hat die Polizei die dann am Telefon gehabt und dann habe ich die Prügel meines Lebens bezogen. Also wirklich, die kamen dreimal rein ins Kinderzimmer und haben auf mich reingeprügelt. Also beide? Beide. Und meine Mutter noch schlimmer als mein Vater, die hat mir Haare rausgerissen, mir ins Gesicht gekrallt und hat meinen Vater immer angefeuert, schlag ihn tot, schlag ihn tot, schlag ihn tot, ja. Und ich habe dann aus den Ohren, aus der Nase und aus dem Mund geblutet, konnte drei Wochen nicht mehr in die Schule, haben sie mir Entschuldigung geschrieben, ich wäre erkältet. Und konnte auch keine Schuhe mehr binden und vieles nicht mehr, also ich habe in dem Moment schon gedacht, die hauen mich tot. Und weil bei vielen Familien, wo Gewalt stattfindet, hört man dann zum Beispiel, nee, die Mutter ist wenigstens dazwischen gestanden und hat versucht, die andere Position einzunehmen. Aber wenn natürlich beide dann so drauf sind, hast du eine Front gegen dich. Absolut. Aber bei der Mutter war noch ein weiterer Faktor, du wurdest von der Mutter verachtet, wie, wie kannst du das jemandem beschreiben, der jetzt keine Ahnung hat, wie sich sowas anfühlt? Absolute Lieblosigkeit. Man hat das Gefühl gehabt, man ist nicht gewollt, vielleicht gerade geduldet, aber nicht gewollt, nicht geliebt, keine Geborgenheit. Eine Mutter ist ja ein Zufluchtsort, ist ja eine Person, eine Vertrauensperson. Und das hatte ich alles nicht bei ihr. Also sie war eiskalt zu mir. Also sie hat dich eigentlich mit Worten geschlagen? Ja, mehr als mit den Händen, aber auch mit den Händen. Aber die Distanz zwischen uns war das Eigentliche, was weh tat. Dass ich mit keinem Problem zu ihr kommen konnte. Das hat mich immer abgewiesen. Und mit zehn hast du zum ersten Mal gedacht, ich bringe mich um. Also hast du gedacht, das ist jetzt meine Frage, hast du gedacht, die bringen mich sowieso irgendwann mal um? Kann ich es auch gleich selber machen? Nee, ich wollte es schon selber machen. Also ich bin nicht christlich aufgewachsen. Ich wusste nicht, wer das Beten ist. Aber ich habe immer mit dem Tod geredet. Und ich habe immer gesagt, du bist mein Freund, du holst mich irgendwann. Und dann wurde es halt nicht von selber passiert. Da dachte ich, dann muss ich danach helfen. Und so bin ich dann auf die Idee gekommen, mich umzubringen. Das war für mich eigentlich eine Erlösung. Was hat es verhindert, dass es nicht gelungen ist? Ja, es hat dreimal einfach nicht geklappt. Wir wollen keine Details erzählen darüber. Aber irgendwann mal hast du zum ersten Mal so etwas wie eine Begegnung mit, ich hätte es fast gesagt, Außerirdischen, sind es natürlich auch Engel, in einer gewissen Weise, da eine ganz spezielle Begegnung gehabt. Ja, das war beim letzten Versuch, bevor ich den machen wollte. Da bin ich eingeschlafen auf meinem Bett und dann habe ich einen Traum gehabt. Und in dem Traum habe ich einen Engel gesehen. Und der Engel stand so drei, vier, fünf Meter weg von mir und streckte seinen Finger aus. Und ich habe das Bitzeln gespürt an der Nase. Und dann sagte er zu mir, Thomas, wirf dein Leben nicht weg, es ist wertvoll in den Augen Gottes. Und dann bin ich wirklich schweißgebadet aufgewacht. Was hat das mit dir gemacht? Erstmal war es negativ. Ich habe überhaupt nicht verstanden, was in meinem Leben wertvoll sein soll. Das hat mich eigentlich aggressiv gemacht, weil ich gedacht habe, wenn es den Gott gibt, ich habe ja gedacht, der Gott, der straft mich. Alles ist eine Strafe irgendwo, warum weiß ich nicht. Und jetzt lässt er mich nicht mal sterben. Das hat mich wütend gemacht auf Gott. Das war erst mal nicht ein tolles Erlebnis. Und ich hatte eigentlich nie Angst vor dem Tod. Und bis dahin war es dann irgendwie anders, weil ich dachte, was war das jetzt? Was passiert jetzt, wenn ich es jetzt doch mache? Das hat mich eher verunsichert. Wie ist es dann gekommen, wenn man so durch deine Biografie durchgeht, dass du dann mit 13 schon in die rechte Szene abgerutscht bist? Also da war ein Vorerlebnis, wo ich sechs Jahre alt war. Da wollten drei Türken meine 14-jährige Schwester vergewaltigen. Und die war mit mir am Spielplatz. Und da sind die auf die los. Und dann fingen an, die Kleider von ihrem Leib zu reißen. Und ich als kleiner Steppke habe versucht, sie zu verteidigen. Und dann habe ich einen Schlag ins Gesicht bekommen. War da, weiß ich nicht wie lange, bewusstlos, ob das Sekunden oder Minuten waren. Bin dann aufgewacht, nach Hause gerannt und habe ihren Freund geholt. Der hat sich dann mit denen geschlägert oder eine Prügelei angefangen. Und ich habe versucht, das der Polizei zu erzählen. Die interessiert es nicht. Mein Vater hat es nicht interessiert. Es hat eigentlich niemand interessiert. Und da fing ich an, so einen Hass auf Ausländer zu entwickeln. Und die Einzigen, die mir da zuhörten, waren halt die Rechten. Und zum ersten Mal dachte ich, wow, es nimmt mich jemand ernst mit dem Thema. Es hört mir jemand zu. Und so bin ich da eigentlich mehr oder weniger dann reingerutscht. Du warst da ziemlich heftig unterwegs in dieser Szene. Also wirklich mit sogar einer Naziflacke am Fahrrad. Also du hast dich auch nach außen so gezeigt. Verstehe ich das richtig, dass du eigentlich gar nicht so sehr dich schon mit der ganzen Ideologie dahinter auseinandergesetzt hattest? Sondern da hast du zum ersten Mal so etwas wie Zugehörigkeit empfunden. Das war so das erste Mal das Gefühl von Familie. Ich gehöre dazu. Ich bin akzeptiert. Ich werde ernst genommen. Das tat unheimlich gut. Und natürlich, die Ideologie fand ich auch nicht so schlecht. Zu unserer Zeit damals in den 70ern waren wahnsinnig viele Gastarbeiter da. Ich fand das nicht toll. Wir hatten eine Fabrik am Ort und da waren viele. Und die haben sich zum Teil auch daneben benommen. Nicht alle, ganz klar. Aber irgendwie dachte ich, ja, das spricht mich schon an. Und bei dir ging es weiter dann. Mit 17 kommst du in einen Judo-Club. Du warst, glaube ich, da auch recht gut unterwegs. Gleichzeitig ausbildungsmäßig die zweite Lehrstelle abgebrochen. Und dann kam die Einladung in so einen Rocker-Biker-Club. Wie muss ich mir das vorstellen? Unser damaliger Präsident, der war der Trainer vom Judo-Club. So bin ich mit ihm in Kontakt gekommen. Und er hat gesehen, dass ich stark bin, dass ich kämpfen kann. Und dann hat er mich da eingeladen, ob ich nicht mal kommen will. Ich wusste über Rocker gar nicht viel. Fand es aber auch irgendwie cool. Die waren auch leicht rechts angehaucht. Von daher war das kein schwieriger Übergang. Ja, und dann war ich mal bei denen dort. Und das war natürlich eine ganz andere Nummer. Das war viel professioneller. Das war nochmal wie ein Aufstieg eigentlich. Ja, raus, weg von den Rechten. Und bei den Rechten waren auch viele, die nicht besonders intelligent waren. Das hat mir nicht so gefallen. Aber da waren schon coole Jungs. Und da war nochmal mehr die Familie. Das war dann die zweite Familie. Da war wirklich einer für alle, alle für einen. Und das hat mir dann richtig gefallen. Um was ging es? Ich meine, wenn du da hingehst, musst du irgendwelche Leidenschaften teilen, nämlich an Motorrädern. Ja, wir waren alles coole Jungs. Wir sind füreinander eingestanden. Wenn wir in der Diskothek sind, haben wir keinen Eintritt bezahlt. Dann kam der Chef und meinte, bitte schlag mir den Laden nicht zusammen. Wenn ihr friedlich seid, gibt es Freigetränke. Das fand ich cool. Das war ein Gefühl von Macht. Da war man jemand, obwohl man innerlich niemand war. Aber nach außen war man jemand. Und viele hatten Angst vor uns. Und es hat schon Spaß gemacht. Aber der Hauptgrund war eigentlich mehr so die Freundschaft untereinander. Wir waren so wie die drei Musketiere oder so irgendwie. Wir sind füreinander eingestanden. Bist du bewaffnet gewesen? Ja. Ich war immer mit Messer bewaffnet. Und ich hatte auch einen 9mm. Die habe ich nicht immer dabei gehabt, aber fast immer. Und hast du sie eingesetzt? An einem Abend, wo ich sie brauchte, hatte ich sie zu Hause vergessen. Gott sei Dank. Was heißt, wo ich sie gebraucht hätte? Ja, das war eine Riesenschlägerei mit einem anderen Rockerclub. Okay. Und da haben sie mich auch fast totgehauen. Und wenn ich sie da gehabt hätte, hätte ich geschossen. Also das auf jeden Fall hätte ich sie eingesetzt. Das wäre für mich nicht die Frage gewesen, mache ich das oder mache ich es nicht. Das wäre selbstverständlich gewesen. Und dann wäre ich zum Mörder geworden. Hast du selbst bedrohliche Situationen in eigener Sache erlebt? Ja, immer wieder. Immer wieder. Wir hatten dann mit einem größeren Rockerclub richtig Ärger bekommen. Beziehungsweise die wollten uns schlucken. Die wollten, dass wir bei ihnen mitmachen. Das wollten wir aber nicht. Und dann war das wie eine Kriegserklärung. Wenn ihr nicht unsere Freunde sein wollt, sind wir eure Feinde. Das ist dann immer heftiger zur Sache gegangen. Die haben dann auch ein Kopfgeld auf mich ausgesetzt. Zum Schluss. Das war schon... Also man konnte nur noch mit Angst das Haus verlassen. Da sind einem immer wieder Autos gefolgt. Und man nie wusste, was passiert als nächstes. Und ich war auch in der Zeit völlig überzeugt, 25 werde ich nicht. Welchen Kontakt hattest du in dieser Zeit zu deinen Eltern? Wenig. Wenig. Also das war schon von Kindheit auf, dass wenn mein Vater nach Hause kam, bin ich weg. Also wenn es ging. Ich bin ihm immer aus dem Weg gegangen. Das hat sich auch nie geändert. Und ich glaube, offiziell mit 19 bist du rausgeschmissen. Da hat er mich dann rausgeschmissen letztendlich. Ja, ich habe natürlich jede Arbeitsstelle verloren. Wir haben jedes Wochenende Party gehabt. Da war ich Montagmorgen noch betrunken. Und so. Irgendwann war es ihm dann zu viel. Und dann hat er mich rausgeworfen. Und das, glaube ich, im Wald dann gewohnt? Ja, dann war ich im Wald. Da war es im Sommer. Da konnte man gut im Wald schlafen. Da habe ich im Schwimmbad geduscht. Und da war ich aber schon mit meiner Freundin zusammen, meine jetzige Frau. Und dann bin ich bei ihr dann ins Kinderzimmer gezogen. Und wenn man dann das Buch liest über dich, die Geschichte, dann kommt da plötzlich eine Situation, die so total schräg reinkommt, die man nicht erwarten würde. Da nimmt dich deine Schwester mit an eine christliche Frauenveranstaltung. Und dann denke ich, was hast du denn da gewollt? Als Bodyguard? Nein, ich wollte da gar nicht hin. Und das war eigentlich eher so, dass meine Schwester mir immer von Jesus erzählte. Und ich dachte, wenn Jesus dir gut tut, ist das schön für dich. Aber mit Gott und mit Jesus habe ich nichts am Hut. Ich habe natürlich nie das Engelserlebnis vergessen. Das hatte ich immer irgendwo im Hinterkopf. Aber ich wollte mit Christen nichts zu tun haben. Kirche glauben, das war für mich furchtbar. Und dann hat sie gesagt, da gibt es was zum Essen, ich lade dich ein. Und ich dachte, na gut, heute liegt nichts an, dann gehe ich mit. Und wo ich da reinkam, habe ich gedacht, ich bin im falschen Film. Alles Frauen und ich mit meiner Rockerkluft und mit meinem Rockeraussehen. Und die haben mich alle angegrinst. Und ich dachte, was ist denn hier los? Was haben die für Drogen genommen? Und Trockenblumen standen auf dem Tisch. Das war schon eine lustige Szene. Ja, und dann erzählte die von Gott und vom Glauben. Und ich dachte so, naja, habe ich mich auch schon oft gefragt, gibt es einen Gott? Wer ist Gott? Wie ist das alles? Und je mehr sie predigte, desto interessanter fand ich das. Und dann irgendwann fragte sie, wer sein Leben mit Gott ins Reine bringen will. Klar, Schiff machen soll nach vorne kommen. Und dann habe ich so zu meiner Schwester gesagt, eigentlich würde ich schon gerne klar Schiff machen mit Gott, wenn das möglich ist. Sagt sie, oh ja, ja, geh vor. Und je mehr die mich bedrängt hat, desto mehr habe ich gedacht, nee. Und dann wurde es mir heiß und kalt und heiß und kalt. Und ich dachte, was ist denn hier los? Und irgendwie bin ich dann doch vor. Und dann stand ich in der Schlange und dann war ich recht ruhig geworden. Und dann dachte ich, naja, mal sehen, was die mir jetzt sagt. Und da stand ich irgendwann vor ihr und dann redet sie mit ganz liebenvollen Worten mit mir. Das war ich ja auch nicht gewöhnt. Ich dachte, die lehnt mich eher ab aufgrund meines Outfits. Aber die war ganz nett. Ja, und dann erzählte sie mir einige Sachen aus meinem Leben. Und ich dachte so, oh, das haben meine Schwestern ihr erzählt. Und da habe ich so für mich im Stillen gedacht, wenn das alles ist, beeindruckt mich das überhaupt nicht, Gott, wenn es dich gibt. Also ich habe gebetet so für mich, Gott, wenn es dich gibt, musst du mir beweisen, dass das hier Leute sind, die dich kennen. Und wie wenn sie meine Gedanken lesen konnte, guckt sie mich auf einmal mit so einem ernsten Blick an und sagt, dies und das und jenes hast du gemacht. Und dann wurde es mir noch mal heiß und kalt, aber richtig, weil es wusste niemand außer mir selbst. Und ich wusste in dem Moment, es kann nur Gott ihr erzählt haben. Woher soll die das wissen? Es war eine Amerikanerin, also unmöglich, dass die das woanders her weist. Und dann fragte sie mich, willst du dein Leben Jesus geben? Und dann habe ich gedacht, ja, da war ich überzeugt. Das war deine volle Überzeugung in dem Moment? Ja, in dem Moment war es volle Überzeugung. Und es hat ja irgendwie doch nachgewirkt. Also du hast zum Beispiel das ganze Nazi-Zeug dann weggeschmissen nach einigen Tagen. Bist in den Rockerclub zurückgegangen, aber, glaube ich, leicht verändert im Äußeren. Ja, leicht verändert. Was haben die denn? Meine jüngste Schwester meinte, ich bräuchte jetzt ein komplettes Umstyling. Sie hat dann immer ihr die Haare geschnitten, eine Buntfalterhose angezogen, so College-Schuhe und so Hawaii-Hemden. Ich sah aus wie ein Clown. Also heute würde ich das nicht mehr mit mir machen lassen. Aber damals, gut, okay. Ich dachte, das muss jetzt so sein. Jetzt bist du Christ geworden. Und die Liebe Gottes war so stark in mir. Und ab dem Abend, ich wusste, ich gehe jetzt mein Leben mit Gott. Und ich war da immer radikal in allem. Und so bin ich dann ins Clubheim, ins Treffen. Und wo ich schon reinkam, sagen die, hey, Oskar, Oskar war mein Spitzname im Club. Was ist denn mit dir passiert? Und dann sage ich, hört mal zu. Und alle so, seid still, der Bressi hat eine Ansage. Und dann sage ich so, ich bin jetzt Christ geworden. Ab jetzt komme ich nicht mehr. Und wie haben die reagiert? Ja, die haben gedacht, ich habe irgendwelche Drogen genommen. Nämlich eine Pille, LSD oder irgendwas. Und haben gesagt, trink erst mal ein Bier, setz dich hin. Das wird schon wieder. Wir warten, bis du wieder auf dem Boden bist. Genau, bis du wieder runterkommst. Die haben nicht geglaubt, dass das echt ist. Du hast das durchgezogen. Ja. Das saß so tief in dir drin. Ich habe mich dann gefragt, wie hat sich zum Beispiel deine Beziehung zu deinem Vater geändert? Oder hat sie sich geändert? Die hat sich sehr geändert, ja. Also durch das, dass die Liebe Gottes mich so durchfloss oder durchströmt hat, war ich bereit, ihm zu vergeben. Das war ich vorher nicht. Und das waren so kleine Tritte mit ihm. Und dann gab es natürlich noch mal ein heftiges Erlebnis. Er hatte drei Herzinfarkte. Nach dem ersten Herzinfarkt, nach dem zweiten Herzinfarkt war er in der Intensivstation und hat dann auf der Intensivstation den dritten Herzinfarkt bekommen und war dann auch tot. Das Herz stand still und mit den Elektroschocks haben sie ihn wieder zurückgeholt. Und da haben die Ärzte uns gesagt, das wird wahrscheinlich nichts mehr werden. Wir sollen uns darauf einstellen, dass er stirbt. Und dann bin ich da mit einer Person aus meiner Familie hingefahren. Wir standen vor seinem Bett. Ich habe ihn fast nicht mehr erkannt. Er war ganz dünn, überall Schläuche, Kabel. Und dann hörte ich, wie Gott zu mir sagt, Thomas, wenn du deinem Vater nicht vergibst, wird er heute Nacht sterben. Und das wiederholte sich ständig. Und ich war in der Situation völlig überfordert. Ich habe dann gesagt, ich gehe jetzt. Dann bin ich in mein Auto. Und da habe ich erst mal eine Stunde geheult. Und da habe ich gesagt, Gott, geh zu meinen Geschwistern, frag jemand anderes. Ich kann ihn nicht vergeben. Und dann bin ich nachts in den Wald gefahren. Da war schon Abend. Und dann habe ich mit Gott gekämpft. Da habe ich gesagt, Gott, ich will ihm vergeben, aber ich kann nicht. Und das ging dann hin und her über Stunden. Und ich wollte dreimal aussprechen das Wort. Ich vergebe ihm. Und ich habe es nicht über die Lieben gebracht. Und dann habe ich gesagt, Jesus, hilf mir. Ich kann es nicht. Und dann habe ich es geschafft, laut auszusprechen. Ich vergebe meinem Vater. Und es ist richtig aus mir rausgeplatzt. Und ab dem Moment war ich frei von jedem Kroll und jedem Hass gegen meinen Vater. Übernatürlich kann man nicht erklären. Ja, und dann ist ein Wunder passiert. Dann kam man ins Krankenhaus. Mein Vater war wach. Die Ärzte haben gesagt, sie finden keine Narben mehr auf seinem Herz. Sie verstehen das alles nicht. Das ist ein Wunder. Und dann nach zwei oder drei Wochen wurde er dann entlassen. Man merkt halt schon, es ist auch ein Prozess. Also du hast auch Zeiten gehabt, wo du das nicht konntest. Und wenn du das aussprichst vor Gott, dann kommt eine gewisse Veränderung rein. Das kannst du nicht einfach so von Anfang an. Du hast natürlich unglaublich viel erlebt. Deswegen müssen wir uns kurz fassen. Du hast dann geheiratet. Deine Frau hat dann mitgenommen in die USA. Warst einige Jahre bei der Bundeswehr in den USA stationiert. Und dann kam die Entscheidung, wir fliegen wieder zurück nach Deutschland. Und dann hast du im Flieger ein Erlebnis wieder gehabt. Ja. Also es war der Tag, wo wir eigentlich die Umzugsfirma da hatten. Und zum alles packen, wieder nach Deutschland zurückzuziehen. Und da rief meine Schwiegermutter und sagt, dein Vater ist gestorben. Und da habe ich gedacht, nicht jetzt. Das ist der völlig falsche Zeitpunkt. Weil ein Jahr zuvor waren die in den USA für vier Wochen meine Eltern. Und das war die schönste Zeit meines Lebens mit meinen Eltern. Wir haben uns wirklich super verstanden. Und ich habe mich gefreut auf die Zeit in Deutschland. Ich dachte, ich habe jetzt endlich meine Eltern gefunden. Und habe mich darauf gefreut. Und dann kriege ich die Nachricht, er ist tot. Und dann war das ganz schwierig alles. Und wir haben dann trotzdem den Umzug durchgezogen. War dann abends im Apartment gestanden. Und da höre ich, wie eine Stimme zu mir sagt. In diesem Schmerz. Du darfst deinen Vater nochmal sehen. Und dann bin ich zu meiner Frau und gesagt. Du, ich höre schon Stimmen jetzt. Verlauter durcheinander. Jetzt wird es langsam unheimlich. Jetzt wird es komisch, jetzt wird es komisch, ja. Und montags hatte ich dann den Flug mit der Bundeswehrmaschine zurück nach Köln-Wahn. Nach Deutschland auf die Beerdigung. Ja, und wie ich im Flieger die Augen zumache, bin ich entrückt in den Himmel. Das heißt, zu deutsch gesagt? Ja, ich war im Himmel. Ja, das hört sich verrückt an. Aber auch Paulus wurde mal entrückt. Das steht auch in der Bibel. Aber ich wusste ja gar nicht, wie mir geschieht. Das war gefühlt, war das zehn Minuten. Aber der Flug dauerte acht Stunden. Und dort habe ich dann meinen Vater und meine verstorbene Schwester gesehen. Und dann sagte eine Stimme was zu denen und die drehten sich rum. Und ich sah sie an und ich habe meinen Vater noch nie so glücklich gesehen. Und so voller Freude. Und dann fragte Jesus mich eine Frage. Hast du einen Wunsch frei? Und ich sagte instinktiv. Ja, ich möchte einmal die Hände meines Vaters berühren ohne Angst. Und dann bin ich wie hingerollt, wie auf dem Rollerskate oder so. Und dann stand ich vor denen. Und aber ich habe dann gesehen, dass mein Vater vom Bauch ab bis oben wie so im Nebel war. Und dann führte jemand seine Hand her und ich sah im Himmel genauso aus wie auf Erden. Und legte meine Hand in seine Hand und da floss so eine Liebe. Und ab da war, da wusste ich, das ist mein Vater, ja. Und da floss eine Liebe wie noch nie auf Erden. Und ich bin komplett frei dann zurück. Und dann wachte ich im Flieger auf und ja, lauter Soldaten um mich rum. Kann ich ja nicht jubeln. Hurra, ich war im Himmel. Musste mich erst mal beruhigen, obwohl es mir das Heftigste war, was ich jemals erlebt habe. Wenn du so erzählst, kriege ich echt auch Gänsehaut. Es ist schon sehr eine besondere Art von Gottes Seite, die du da erlebt hast. Was sagst du Leuten, die jetzt das hören und sagen, ja, dem kann ich das abnehmen. Ich kann, ich spüre so viel Echtheit und das Authentische bei ihm. Aber mir ist das alles fremd. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott mit mir so spricht. Oder ich habe das noch nie gehört. Also das Erste ist, dass Gott niemand hasst. Ich habe ja immer geglaubt, Gott hasst Menschen. Und die einen sind bevorzugt und die anderen benachteiligt. Und das ist überhaupt nicht wahr. Gott liebt jeden Menschen gleich. Das mal grundsätzlich. Und ich glaube, ich durfte das alles erleben, weil meine Kindheit so schlimm war. Ich weiß nicht, ob das jeder Mensch so erleben darf, aber ich glaube, Gott ist gut. Und ich denke, Gott weiß, dass ich das gebraucht habe für mein späteres Leben. Einfach da frei zu sein von dem Hass, von der Angst vor meinem Vater. Und das war so für mich das. Und ich denke, jeder sollte Gott die Chance geben und sagen, Gott, wenn du mit Thomas so eine Veränderung machen kannst, dann kannst du es mit jedem Menschen machen. Und ich glaube, das ist auch die Botschaft aus meinem Leben, dass Menschen sehen, auch wenn es noch so schlimm ist, Selbstmordversuche oder Gewalt zu Hause, Alkohol, all das ist überwindbar mit Gott. Jesus ist Liebe. Und so, wie er mich freigemacht hat von dem allem. Ich habe ja immer gedacht, ich werde keine 25. Ja, jetzt bin ich schon über 50. Das ist ein Wunder. Ja, ich bin ein laufendes Wunder auf meine Beine. Du hast dich verdapelt. Deine Prognose verdapelt. Und nach deiner Rückkehr aus den USA bist du Co-Pastor gewesen in einer Freikirche. Deine Frau auch immer an Bord mit Ehepaar-Seelsorge, hat Trauungen, Beerdigungen, alles Mögliche gemacht. Und heute leitest du eine eigene Gemeinde. Du arbeitest mit Menschen auch, die teilweise auch eine schwierige Vergangenheit hinter sich haben. Wie erklärst du dir selber deine wesentliche Veränderung in deinem Leben? Die Bibel sagt, wem viel vergeben wurde, der liebt auch viel. Und das ist so der Kern in meinem Leben. Hätte ich das alles nicht erlebt, könnte ich Menschen nicht abholen, wo sie selber drin sind. Und es gibt so ein Geheimnis, während der Szene ist, ob das eine Prostituierte ist, ein Rocker oder ein Gangster. Die spüren sofort, ob man echt ist oder nicht. Und die spüren bei mir sofort, dass ich auch echt bin. Dass ich das alles mal erlebt habe. Und da kann man Menschen abholen. Und das ist heute eine Gabe oder eine Gunst, die ich habe, durch das, dass ich all diese Dinge erlebt habe. Selbst mit Nazis kann ich heute diskutieren. Ich kenne die Geschichte vom Dritten Reich auswendig. Die haben keine Chancen, wenn ich da mit denen rede. Weil ich einfach weiß, was Sache ist. Und das ist der Kern, um Menschen abzuholen. Es ist nicht Kopfwissen oder Universitätswissen. Es ist einfach echt aus dem Leben. Und die spüren das. Mit schlauen Sprüchen kann man denen nicht kommen. Da muss man schon wissen, was wirklich hilft und wo die Wurzel des Problems ist. Was würdest du sagen, vereinfacht, was hilft wirklich? Der Glaube an Jesus und die Liebe, die heilt. Also Jesus kann jeden Menschen heilen. Und wenn die Heilung kommt, dann braucht man auch keinen Alkohol mehr, keine Drogen mehr. Man muss niemanden nach außen darstellen. Das ist, wo ich glaube, da ist der Schlüssel für den Erfolg. Ist für euch also die Beziehungsebene eigentlich das Entscheidende? Ich denke schon. Und dass die Leute wissen, sie sind willkommen. Das ist mal das Wichtigste und das Erste, dass sie willkommen sind, dass sie sich wohlfühlen. Und wir setzen die auch nicht unter Druck. Wir lassen denen Zeit, solange es braucht. Und dann Stück für Stück kommt Heilung. Manche gehen auch wieder. Aber die, die bleiben, da merkt man, wir sind dann auch Familienersatz für viele, die einsam sind und aus einer kaputten Familie oft kommen. Ein Drogensüchtiger steht da nicht morgens auf und denkt, ich werde jetzt drogensüchtig. Der will ja irgendwas abtöten. Irgendeinen Schmerz meistens. Irgendein Erlebnis. Und da können wir helfen. Wir haben auch viele Frauen, die als Kind missbraucht wurden. Da sind schon manche heftige Geschichten dabei. Was ist eigentlich die größte Veränderung in deinem Leben? Dass die Angst weg ist. Ich hatte permanente Angst, von klein auf. Angst war eine konstante, Angst war wie normal, wo eigentlich Geborgenheit sein sollte, wo Liebe sein sollte, wo ein Zuhause sein sollte, war bei mir alles auf den Kopf gestellt. Es war genau das Gegenteil. Ich hatte Angst vor meinen Eltern, panische Angst vor meinen Eltern. Ich hatte kein Zuhause. Das Zuhause war für mich die Hölle. Ich habe immer versucht, irgendwo anders unterzukommen, bei meinen Geschwistern schlafen zu dürfen oder bei Freunden. Das ist aber auch nicht dauerhaft möglich. Ich wollte nie in dieses Haus. Dieses Haus war für mich wie ein Horrorhaus. Auch unser Zuhause, das gab es nicht. Das musste ich alles lernen, dass es auch anders geht, dass man sich wohlfühlt, dass es Geborgenheit gibt. Was, glaubst du, ist die größte Funktion mit deiner Geschichte? Was möchtest du auslösen? Menschen zu erreichen, die Ähnliches erlebt haben, das muss nicht so schlimm sein wie bei mir, aber dass sie wirklich Gott kennenlernen und Gott eine Chance geben. Und ich habe früher immer gedacht, Gott ist böse. Ich habe wirklich gedacht, Gott ist böse oder der bestraft alles sofort und es ist alles nicht wahr. Ich habe eine riesen Lüge geglaubt. Gott liebt mich und er hat einen Plan mit meinem Leben und er ist ein guter Gott. Und das hat sich für mich komplett geändert und das sehe ich bei meinen Kindern, die wachsen ganz anders auf, wie ich aufgewachsen bin. Und du selbst auch anders als Vater lebst. Ja. Also nicht einfach die Geschichte, die du erlebt hast, wiederholen musst. Manchmal hört man solche Geschichten. Ja, es gab so Situationen, wo ich merkte, ich werde auch aggressiv wie mein Vater, so ein bisschen bin ich auch wie mein Vater, so Ansätze, aber ich konnte sofort sagen, Jesus, hilf mir, ich will nicht so sein. Ich will das nicht. Und meine Frau hat mir da auch viel geholfen, immer wieder, sie ist so der Ruhepol in meinem Leben, holt mich immer wieder runter und sagt, Schatz, komm, jetzt lass mal gut sein. Und ich habe heute gelernt, wenn ich sonnig werde, dann laufe ich zehn Minuten raus, komme wieder rein und dann ist der Druck weg. Oder steigst du aufs Motorrad. Oder steige ich auf meine Halle und fahre eine Runde, dann ist es auch wieder gut. Thomas, ich danke dir herzlich, dass du gekommen bist und mit uns die Geschichte geteilt hast. Ich freue mich auch, dass ich das erzählen durfte. Danke. Danke. Wenn Sie Fragen geben, wenn Sie Anregungen geben, können Sie auch schreiben, ERF-Medien, Fenster zum Sonntag, 83.30 in Pfaffiken. Oder ein E-Mail an tv.erf.ch Oder Sie erreichen uns auch über den e-blendeten Link. Besten Dank, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Die Sendung wurde präsentiert von SwissLux AG, der kompetente Partner für intelligente Beleuchtungstechnik seit 1996. 96.